Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen etwas anderen Grufer Games Videos und zwar soll es heute mal um diese News gehen die ich schätze mal jetzt vor ein paar Tagen ist die hier rausgekommen und zwar geht es ja um die Spawngrundstücke ihr wisst ja das Erbke und noch ein paar andere Teammitglieder bis in der ersten bis fünften Reihe auf jedem City Build Spawngrundstücke besitzen ich glaube aber die werden in dieser News geht es jetzt erstmal darum dass die Spawngrundstücke freigegeben werden ich werde euch gleich erzählen in welcher Reihenfolge das passiert wie das passiert wann es passiert und zwar wird in dieser News gesagt dass in den nächsten paar Tagen die vierte bis fünfte Reihe freigegeben werden also einfach freigegeben heißt ihr müsst auf dem City Build sein und müsst gucken ob da das offen ist also die werden deletet im Prinzip und jeder der dann in der Nähe von Spawn ist und sieht oh da ist was frei kann sich denn im Prinzip was kleben das geht aber nur für die vierte bis fünfte Reihe ich muss sagen Leute ich zähle persönlich die vierte bis fünfte Reihe nicht mehr ähm zum Spawn weil es für mich einfach so weit hinten ist also für mich ist so zweite dritte Reihe noch okay aber naja Digger in erster Reihe ist auch erster Reihe Digger ist halt Spawngrundstück aber vierte Reihe finde ich schon wieder komplett kritisch also für mich ist das kein Spawngrundstück mehr weil man das einfach vom Spawn aus nicht direkt richtig sieht des weiteren Leute werden die Grundstücke von der ersten bis zur dritten Reihe ähm am 6.2. also im Februar dann an einem Wochenende bei Abgeordneten Livestream machen und dann werden diese Grundstücke freigegeben werden der Nachteil an dem Ganzen ist ihr braucht für dieses Grundstücke so wie ich es jetzt hier vorstanden habe hier unten steht es auch nochmal für alle anderen Grundstücke benötigt ihr ein äh Gutschein oder ne warte wir können ja nochmal durchlesen am Sonntag den 16 und 19 Uhr werden die Grundstücke der ersten bis dritten Reihe freigeben diese Freigaben erfolgen ah ne doch nicht ähm also anscheinend doch nicht äh die wird abgedämmt ist wahrscheinlich im Stream freigeben und die je nachdem wer denn halt gerade da ist wer sich zuerst claimt äh kriegt dann dieses Spawngrundstück äh die werden mit einer Whitelist arbeiten haben es auch schon gesagt weil sonst würde natürlich der ganze Server abstürzen weil alle Leute versuchen drauf kommen würden und sich das zu claimen wenn ihr an so einem Tag in der ersten und dritten Reihe euch ein Spawngrundstück holen wird nehmt euch mein Rat zu Herzen und macht euch Autohotkeys per Lady macht macht euch P-Claim und dann nochmal P-Claim konfirmen also dass ihr das auch wirklich dann haben wollt im Prinzip was ich jetzt wieder wieder ein bisschen kacke finde muss man sagen dass man für diese anderen Spawngrundstücke wieder einen Gutschein braucht klar die waren jetzt eine Weile lang ganz schön weit unten also erste Reihe Spawngrundstück war auch recht weit unten genauso wie zweite und dritte Reihe früher gab es ja nur erste Reihe Spawn ähm ähm dort Gutscheine ähm weil äh zweite dritte Reihe hat damals irgendwie niemand rein gedacht dass man das auch als Gutschein machen kann mittlerweile gibt es die ja auch schon aber ich finde das ein bisschen behindernd muss ich ganz ehrlich sagen ich finde es besser wenn sie direkt alle Grundstücke rausgeben würden also wirklich dass äh dass sie äh alle Grundstücke von der dritte von der ersten bis dritten Reihe rausgeben an einen Spieler und dass nicht sich einen reicher Spieler sich einen Gutschein holen kann sagen wir mal für 3,5 Millionen und sich damit ein erster reiches Bon GS holen kann was eigentlich ja ich sag mal so 20 Millionen wert ist wenn das jetzt so auf CDB2 ist erste Reihe könnt ihr mal damit schon rechnen dass das um die 20 Millionen kostet ähm das ist meine einzige Kritik daran ich finde es aber gut dass ihr auch mal die Nation und Extreme GS hier vor also die verlosen sie dann im Stream machen so ist wahrscheinlich mit einem Random Generator alle die mit dem Streamer schreiben können das halt gewinnen ähm ich finde es aber gut dass dieses Spawn Gäste überhaupt mal verlost werden weil bei manchen CDB2 muss man sagen sehen die Spawns mittlerweile schon sehr sehr leer aus oder besser gesagt sind die Spawn Gäste da steht zwischendrin ähm ist ja eine Menge gebaut und da steht zwischendrin so ein leeres GS was einfach abgehört und äh was niemand mehr wirklich benutzen kann also was keiner denn hat weil abgebebaut ist nicht und er gibt es dann auch nicht raus deswegen aber ich finde es jetzt gut dass wenigstens mal richtig ausgemistet wird alle GS rauskommen ich wünsche jedem viel Glück der sich das erbauen wollen ihr könnt mir gerne mhm ihr könnt mir gerne schreiben unter die Kommentare falls ich irgendeinen Punkt falsch erklärt habe oder falls ihr noch irgendeine andere Meinung dazu habt ihr habt damit unten in die Kommentare wenn nicht dieses Kalbem Video dazu gefallen hat gerne ein Abo und Like da lassen dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Tschaui